Ich gehe in die Arbeit, mein Schatz. Viel Spaß bei der Oma. Komm, wir machen dann was Schönes. Ciao, Mäuse. Wir müssen hier leider ausziehen. Die haben das Haus verkauft. Ich bin die Steffi Vörtschlanger, alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Die am Unschwell heißen die Jungs. Ich arbeite bei einem Käferorthopäden, montags bis tonnerstags, 35 Stunden in der Woche. Im Restaurant noch nebenbei, damit ich den Kindern auch ermöglichen kann, dass wir mal am Wochenende einen Ausflug machen. Ich bin ständig nur noch im Internet, schreibe alle Wohnungen an, die ich nur finden kann. Die Begründungen dafür, die Absagen waren zum Teil, wir wünschen keine Kinder. Bei Dreizimmerwohnungen war die Aussage, wir nehmen dann doch lieber einen Doppelverdiener. Ich habe auch extra meine Arbeitszeiten so gestellt, dass ich eben die Kinder auch dann abholen kann, bis 17 Uhr. Am Wochenende, wenn ich arbeite, kommt die Oma zu uns. Nachdem ich ja bis April immer noch nichts Positives gehört habe, habe ich angefangen, auch eine Anzeige zu schalten und habe eben 1.000 Euro Belohnung ausgesetzt für die erfolgreiche Vermittlung. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn uns jemand helfen kann. Wir suchen eine Zweizimmerwohnung. Es ist vollkommen ausreichend, wir haben momentan auch nicht mehr Platz. Bis 1.100 Euro Warmiete kann ich mir leisten, habe ich bisher auch gezahlt und hat super funktioniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017